Ich möchte heute ein ganz kurzes Video zur Frage machen, wann ist eine Beziehung geklärt? Die meisten von uns wollen ja gerne geklärte, klare Beziehungen haben zu den Menschen, die sie lieben, die sie gern haben oder auch in ihrem Arbeitsumfeld und und und. Was bedeutet das? Eine geklärte Beziehung muss klar sein, nicht mehr und auch nicht weniger. Viele Menschen meinen ja, wenn eine Beziehung geklärt ist, dann hätte man zu dieser Person auch ein gutes Gefühl, würde sich wohlfühlen in ihrer Nähe. Das ist ein grober Irrtum. Klärung kann nicht bedeuten, dass man die Unterschiedlichkeit der Lebensweise, einer Meinung, eines Standpunktes anerkennt und auch bemerkt, dass man manche Brücken einfach nicht schlagen kann. Das heißt, we agree to differ ist genauso geklärt, wie wenn man sich dann tatsächlich mit dieser Person wohlfühlt. Das kann natürlich auch der Fall sein, es muss aber nicht der Fall sein, insbesondere dann, wenn man die Unterschiedlichkeit und die Verschiedenartigkeit von Menschen und oder Meinungen anerkennen muss. Zusammengefasst, klären muss man eine Beziehung, in der man sich selbst klar darstellt, vermittelt, seine Meinung, seine Gefühle zum Ausdruck bringt. Der oder die andere tut das auch und dann kann auch rauskommen, dass man sich nicht nahe sein will. Das war auch schon mein kurzer Beitrag zu diesem Thema. Wenn es euch gefallen hat, das Video, bitte einen Daumen hoch oder abonniert den Kanal, wenn euch die Videos, die wir hier auf dem Lebenskompetenzforum hochladen, generell gefallen. Besten Dank im Voraus. Tschüss.